Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Warfare mit dem Machigo. Hallo, alle der besten Neps in Mb. Ich schmuck. Aber auch eine verdammt schwere. Aber was hat eigentlich so viele Neps zu tun? Das ist richtig schwer. Boah, da hat einer sich echt die Zeit genommen, mich mit einer RPG zu killen, weil ich gerade nachladen musste. Boah, sogar gescoped hat er die noch. Boah, wie schnell das ist, ey, wie vieler Tarantel gestoppt, Alter. Ja, und dann mit dem Friendly Fire, das ist nicht ganz ohne, muss ich sagen. Jetzt musst du auch noch aufpassen, wo du langläufst. Nicht, dass du irgendwo ins Feuer reinläufst. Ja, aber hier sind jetzt ja nicht so viele Spieler, das ist eigentlich ganz cool. Was? Angenehm, ja. Ich glaub, Juggernaut ist auch nicht verboten. Oder sowas. Juggernaut hab ich immer ganz gerne genutzt, wie die jetzt schreibt. Doch ne, ich auch. Da konnte ich nichts dafür. Für die Aktion. Boah, jetzt hab ich Teammate gekillt. Ach, deswegen hat er das... War ich das, hab ich den jetzt doch getötet oder? Ne. Ja, deswegen konnte er mich getötet haben. Was ist denn das für ein Kunde, ey? Was hab ich schon wieder... hab ich jetzt... hab ich jetzt schon wieder einen Gegner... Ne. Kein Team. Also es ist echt krass, wenn du einen Teammate killst. Es kann einem ihm echt passieren, dass du dich halt zu jedem auftritt... Oh, renn wir doch nicht rein, man! Oh, Alter, ich hab fast einen Teammate gekillt, ey, fast. Ich hab den nur übrigens angefragt. Ich hab schon zwei hier gekillt. Es geht auch so schnell. Bis du dann merkst, dass... Oh, jetzt ein Teamkollege ist doch schon tot. Ne, der ist voll reingerannt. Minus 10 hab ich. Score. Ich geh damit nach! Ich geh damit nach! Ich geh damit nach! Ach, du geh damit nach! Du geh damit nach! Naja, die sind dann hier so ein Teamkollege. Du wirst dann... Ja, das ist doch nicht so ein Teamkollege. Ah, der hat das aus Rache gemacht. Ne, sorry, schreibt er. Ist okay, sag ich mal. Ich bin... Oh Gott! Oh Gott! Ist okay! Einmal doch... Ja, was... Ich... Von Granaten musst du aufpassen, wo du die hinwürfst. Ja. Eben. Ich hab die ja sonst immer immer wo hingeschließen. Nein! Wie hat denn der DAS gemacht? Oh Gott. Oh, das ist so schnell, ey. Als würde man schon einen Perk nehmen. Oh, da hat's ja ein Nebengemesser. Das ist halt nie wie im BF, wo du einfach irgendwo hindrückst und dann geht die Animation los. Übrigens, Battlefield 4 hat immer noch Revive-Bugs-Drohne irgendwo. Von der ersten DLC kommt jetzt bald raus und das Spiel ist immer noch eine Katastrophe, was den Zustand angeht. Und irgendwie stand da jetzt was da im Metal-Log-Forum so, hey, hier, Neuerung für Xbox One, DLC, bla bla, der erste Kommandant, fix the game! Hey, das Spiel ist ja mal verdammt geil! Boah, ich muss echt aufpassen, wenn ich einen Teamkollegen sehe, drück ich immer fast auf die Maustaste. Fast. Das kenne ich immer aus Counter-Strike, da war das doch immer an. Zumindest ist es was öfter an, als es nie an war. Scheiß-Camper, ey. Was geh ich denn? Nein! Wie könnten die so schnell schießen? Die ich nicht, Mann. Weil die Quickscope haben. Denk ich mal. Den Perk. Schnelles Wachen wechseln, schnelles zielen, schnelles Nachladen. Das ist alles eine Sache. Ah, ich dachte mir eine Granaten, die mir irgendwo hinschießen. Hm, 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 hm. Außer die Plane, die ist die da... Hast du schon uns erklärt, was du für Waffen und bla 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 nimmst? Oder haben wir dann nur über deinen Frühstücksgetränk geredet? Ich hab schon gesagt, dass ich die M4 Karabiner nehme, momentan. Und die USP als Secondär-Waffe. Dazu drei Flachs. Oh, so ein Wichser! Das, ja, nee, ähm, kann sein, dass das auch immer... Und dann... Das Spiel ist sogar so schnell, dass mich eine Claymonie erwischt hat, nachdem ich an der Vorbeigehren bin. Was liegen die denn hier auf dem Boden rum, ey? Die Gernst? Oh, so ein Wichser, ey, so eine Arno-Zure, ey, das gibt's doch gar nicht. Wie kann denn jemand nur so verfixt spielen? Oh, schon wieder! Das ist echt konzentrierter Spielen, ey. Oh. Lol. Hä, ich hab doch grad auf einen Feind geschossen, der steht dann da? Sie haben die M4 getötet, der war irgendwie vor dem. Ey, das ist so sinnlos, ey. Sorry, Bro. Vor allem, wenn dir jemandem helfen willst, oder so, was sollst du denn da machen? Du kannst dir ja schlecht helfen, wenn dir ein Close-Quarter kommen möchtest. Wow. Oh Gott, das ist so schnell, ey, das war ein Battlefield jetzt vergleifst. Ja. Ich glaube, der schläfst da hin. Ist das ein Feindlicher, Heli, oder? Ich seh's nicht. Ich kann auf jeden Fall im letzten Feinde sein. Boah, ich wurde von einem Team-Mate gekillt. Was war denn das jetzt, ey? All auf Reis hat mich getötet. All auf Reis. Das war Gendas Lieblings-Mahlzeit, wenn der League-Leap kommt. Was ich für Sachen weiß, ne? Naja, das ist so ein unnützes Wissen. Ach, ich warte immer noch auf die nächste Stachel. Das sind sie mir noch schuldig. Ich kacke hier ganz schön rum. Ich hab gerade aus irgendeinem Grund ein Team-Mate gekillt, ohne dass irgendwas einen Grund dazu gegeben hätte. Das war total ruhig und ich schieße den dort. Ich hätte irgendwie so krank. Der Arm, ne? Ja, ganz ehrlich, da soll das höher... den Scheiß ausmachen. Na toll, in einer KD kann sich nicht gerade sehen werden. Du musst ganz schnell beurteilen können, ob das ein Gegner oder ein Team-Mate ist. Mir macht das Friendly Fire ganz schön zu schaffen, muss ich sagen. Ja, das ist echt... Wird ihr das dann abgezogen? Ja. Ach, deswegen ist die meine KD so scheiße. Oh, fast hat er dich wieder eingetötet, ey. Der ist einfach nur so um die Ecke geschneidt und ich dachte, die Gegner Gegner, und ich konnte die nicht genau erkennen. Ey, was willst du denn da machen? Du musst ja da irgendwie, äh, was reagieren, ne? Ich hab's gerade noch so erkannt, ey. Oder zum Glück halt daneben geschossen. Aber das ist halt echt, ne? Vor allem nicht, ich komme um die Ecke, ich sehe einen auf mich zulaufen. Und ich muss erstmal abchecken, ob das Gegner ist oder beinahe. Aber die Gegner lassen dich ja nicht abchecken, ob das Gegner sind. Der hilft ja echt nur, der Radar, eigentlich. Oh, nein! Schon wieder! Was ist denn das für ein Kunde? Ein RPG, ein Meter... Ich bin mit einem Messer neben dem und der killt sich selbst. Alter, meine KD wäre tausendmal besser. Lol, jetzt bin ich gespawnt und einer hat mich genutzt. Ich konnte... und zwar sofort im Spawn. Ich konnte gar nichts machen. Der hat mich im Spawn geschossen. Das gibt's nie. Nein, renn nicht dort rein! Oh, gut. Voll. Ich dachte, der rennt in meine Arten. Das macht doch keinen Sinn in diesem Spiel, das anzumachen, ey. Das ist doch kein Counter-Strike. In Search and Destroy kannst du das ja machen, doch neben Team Deathmatch, Alter. Ja, Team Deathmatch ist ganz schön wohl, das stimmt. Das ist doch so ein Scheiß. Aber das macht's interessant, muss ich sagen. Ja, das ist so dermaßen heftig. Das ist ein echter Nervenkitzel. Wie viel ich jetzt schon abgeknallt habe von meinen Leuten. Die sterben ja auch noch genauso viel, äh, schnell. Ja. Dass es wenigstens bis länger dauern könnte. Jetzt scheint wieder einer zu kommen. Boah, fast schon wieder, ey. Das ist so ohne Radar. Jetzt hat mich eine Teammate-Granate getötet. Also, was ich schon getötet wurde und getötet habe an Teamkollegen, ey. Das erklärt die ganze KD. Ja. Jetzt habe ich gerade mal drei am Stück schießen können und mit Radar aufreicht halten. Jetzt habe ich schon wieder eingetötet mit der Granate. Das ist so heftig, ey. Oh, fuck, ey. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade ein Teammate angetrackt habe, oder? Oder halt... Okay. Oh, der scheiß Hedi, man. Nein, scheiße! Oh, ey. Ich finde den Zwerber-1 geil, aber... Schade, dass das sein wird. Ah, es hat schon einen Reiz, da hast du recht. What? Ich habe ein Radar. Das ist ja echt heilig hier, gerade auf sowas. Also, hier ist ein Radar noch wichtiger. What? Was will denn denn mit seinem Raketenwerfer? Ich will eigentlich nur sie für die Waffe. Unsere Drohre ist einsatzbereit. Schreibt sich der Helikopter im Anflug. Boah, es gibt so einen, Rani, ey. Wie hat denn der mich jetzt genutzt? Na, alle Freize. Hat jemand schon Radar? Vor allem, ey, wenn ich jetzt eine Granate habe, ich weiß doch nicht, ob da jetzt Kollegen sind, oder nie, wenn ich keinen Radar habe. Boah, ey, das ist sinnlos, ey. 14, 26, und das nur... Oh, scheiße. Ja, ich hätte auf jeden Fall eine positive. Und das nie mehr. Sowas von. Das kann doch jetzt nie euer Ernst sein. LOL! Oh, nein! Nein. Ich trau mich überhaupt nicht mehr auf irgendjemanden zu schießen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer hier wer ist. Ey, ich krieg gar nichts mehr auf die Reihe. Das ist so ärgerlich. Das könnte viel besser sein. Scheide. Und wenn dann mich einer tötet, natürlich von hinten. Der mir die ganze Zeit hinterher gerannt ist. Dann denkst du immer, wenn ich das einmal mitgekriegt hätte, dass er schon die ganze Zeit hinter mir her war. Ja. Wow, das war knapp, ey. Erstmal eine Drohne. Ne, oder? Das geht's doch nicht. Nein. Nein. Habe ich den jetzt nie gesehen. Habe ich den jetzt nicht gesehen. Ich war eigentlich, ich renne hinter dir her. Und sterbe auch von denen. Ich traue mir nicht. Oh Mann, warum kommst du in meine Schusslinie? Ich habe den jetzt nicht mehr. Ich habe den gerade gesehen. Da rennst du da rein. Oh Mann, warum ich bin hier erschießt. Ja, jetzt weißt du, warum ich bin hier erschießt. Jetzt weißt du, warum ich bin hier erschießt. Endlich, MP5-Meisterschütze. Jetzt müsste ich ja das Visier bekommen. Ich brauche Deckung, lade nach. Nein. Nein. Ah, Ahl auf Reis geht mir auf den Tollermann. Wie geht's Schock und Ahl auf Reis auf den Tollermann? Von wie der mich tötet. Der feuert einfach irgendwo durch die Wände, ey. Ja, genau, ey. Dieser Ahl auf Reis. Mit seiner goldenen Fickacker. 15, 28. Ist klar, ist klar. 23, 23. Lustig. Lustig. Ja, was, ey, den Kill müsstest du jetzt sehen, ey. Wie, der mich tötet? Oh, so ein Lacker. Dämliche Teamkills. Ich bin gerade weggerannt, weil drei Kanaten hinter mir detoniert sind. Nein. Ach, Jockmann, du Pole. Danke, wer auch immer diese Drohne jetzt hier angefordert hat. Ich sollte sie jetzt echt nutzen. Ich kann nicht gut auf Distanz schießen mit dem offenen Wiesel. Oh, aber mittlerweile wirst du gekillt, äh, killst dich selber, wenn du einen Teammate killst. Also, zumindest sterben die Leute sofort, nachdem die mich gekillt haben. Ich hab schon Ewigkeiten können. Das passiert ja auch. Also, ich werde jetzt auch immer getötet. Stimmt, wenn man anfangen würde, dann würde man irgendwas abziehen. Bitte, ich hab' ne Drohne für euch. Oh, jetzt lade ich nach und da kommt der um die Ecke, oder was? Boah, es gibt dieser Jock, ich weiß auch manchmal nie, ob der vielleicht cheatet. Weil der, 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 na okay, ich glaub' der hat einmal Glück. Ich meine, der ballert so um sich rum und trifft immer. Aber, das ist auch regulär, glaub' ich. Na, also ich hab' den schon oft gekillt, deswegen nehm' ich nicht. Naja, aber das ist doch ein Lacker, ey, das muss ich mir mal vor Augen führen. Jawoll, ne Granate, die nicht ein Teammate, sondern ein Feind gekillt hat. Oh. Die M4 ist einfach im Nahkampf gegen die M5 fast da wenig zu melden, wenn's in Millisekunden geht. Nein. Das ist ja einfach zu langsam. Ja, ich nehm' die auch lieber auf Crossfall. Alter, die LMG hier. Das ist viel zu... Dieser Jock, ne? Ja. Furchtbar, der Typ. Es gibt... Nein! Oh, verdammt! Wer wird die Granate schauen, wo die Feinde sind und dann erwischt die nicht den, sondern den Kollegen. Das kann doch einfach nie wahr sein. Könnt ihr's jetzt mal ausmachen mit diesem Scheiß? Das ist doch so sinnlos einfach. Wem würde das gefallen? Ist er doch dauernd alles los. Ich meine, das ist so sinnlos. Oh, komm schon! Das ist doch für'n Arsch! Das ist so was Sinnloses einfach! Crash! Fuck! 3039... Dann hab ich noch ganz gerettet... Pfff... Hab ich jetzt... Ey, das ist mir einfach zu blöd, ey! Rotpunkt-Visier und da irgendwo hin. Wenn du ein Zeug nicht... Alles klar. Geht mir doch gleich mal ausstanden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!